Die Top 5 Metallmülleimer, ein Video über die besten Produkte Ich war auf der Suche nach einem Abfalleimer für meine Küche und entschied mich für den Amazon Basics 40L Mülleimer. Ich bin begeistert von dem sanft schließenden Deckel und dem robusten Stahlrohrpedal, das ein leichtes Öffnen ermöglicht. Der rechteckige Edelstahlbehälter passt perfekt in meine Küche und der 40 Liter Inhalt reicht für eine ganze Woche aus. Der Mülleimer ist auch für das Bad oder Büro geeignet und ist einfach zu reinigen. Ich kann den Amazon Basics Mülleimer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen Abfalleimer ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Click & Get Papierkorb. Er ist sehr kompakt und passt perfekt unter meinen Schreibtisch. Die schwarze Metalldrahtoptik verleiht meinem Arbeitsbereich eine moderne Note und seine Größe von 19 Litern ist perfekt für meine Bedürfnisse. Außerdem ist er sehr leicht zu reinigen und zu entleeren, da er einfach auseinandergezogen werden kann. Ich würde diesen Papierkorb jedem empfehlen, der einen stilvollen und funktionalen Papierkorb sucht. Ich habe den Relax Days Papierkorb Metall gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er hat eine gute Größe für mein Büro und sieht mit seinem silbernen Drahtdesign auch noch stylisch aus. Er bietet genug Platz für alle meine Papiere und ist einfach zu reinigen. Der runde Mülleimer hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern und ist 35 cm hoch, was ich als ideal empfinde. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ebenfalls top. Ich würde den Relax Days Papierkorb Metall jedem empfehlen, der einen robusten und schicken Mülleimer für sein Büro benötigt. Ich habe mir den Vesco 175.831 Pushboy Abfallsammler in Grafit gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Eimer hat ein Fassungsvermögen von 50 Litern, was für unsere Familie vollkommen ausreichend ist. Das Design ist sehr modern und passt perfekt in unsere Küche. Auch die Qualität des Edelstahls ist sehr hochwertig. Das Push-System funktioniert einwandfrei und lässt sich leicht bedienen. Besonders praktisch finde ich auch den herausnehmbaren Inneneimer, der die Reinigung sehr erleichtert. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Kauf und kann den Vesco Abfallsammler definitiv weiter empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Direct Papierkorb aus Drahtgeflecht. Der Abfalleimer ist groß genug für mein Büro und hat eine elegante Form. Das schwarze Mesh-Design ist sehr ansprechend und lässt den Papierkorb immer ordentlich aussehen. Auch die Qualität ist sehr gut, der Draht hält auch schwerere Abfälle problemlos aus. Alles in allem ein super Produkt, das ich jedem nur empfehlen kann. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.